Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario GXC 2, German von mir, den Yoshi Tendo. Im letzten Video haben wir die Grusel-Ether-Galaxie abgeschlossen. Ja, nur die, weil der letzte Grünstein und der erste es leider in sich hatten. Aber gut, soll uns nicht aufhalten, denn wir haben sie jetzt. Und deshalb, wie vor, machen wir weiter mit dem Tic-Tac-Galaxie. Ich bin wieder euer, den Yoshi Tendo. Und danke schön, dass ihr mich da hingeschaltet habt. So. Kometenalarm, Kometenalarm, Kometenalarm. Ja, 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 ja. So, komm, Grünstein 1. Ich glaube, die waren hier richtig einfach. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu groß meinen Maulaufzug gerissen. Aber, ja, okay, da ist einer. Wird wohl der zweite sein. Und wo ist der erste? Dann war der bestimmt bei so einem 3. Ach, guck mal, da ist der, oh Gott. Okay, Dreisprung. Sehe ich schon. Dreisprung wird mein Freund sein. Oh, Mann. Na gut, jetzt hier wieder. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. So. So, tut, 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 ihr auch. Schön, wie ihr Sternteil mitnehmen, die sind wichtig. Vor allem für Leben. Oh, hier rüber? Genau. Hier war nur ein Gumball drin. So, jetzt war ich auch schon der erste Grünstein, ne? Wie war mir? So seitlich. Oh, wie soll ich das denn gehen? So mit dem Dreisprung, ne? Okay, so bestimmt, bestimmt so. Kann ich mir vorstellen. Aber warum will er keinen Dreisprung machen, das wäre die Frage. Oh, bleib drauf, Mario. Also, wieso macht er denn jetzt kein Dreisprung? Ey, manchmal verstehe ich die Logik es wieder nicht. Wieso, wieso macht er das nicht? Guck mal. Da, der macht euch auch Dreisprung. Ja, das reicht nicht. Muss bestimmt so von der Schräge gemacht werden. Guck mal, jetzt macht er das wieder nicht. Oder weil sich die Kamera so sieht. Ja. Huh, das war richtig knapp. Oh, oh. Aber wir haben hier einen grünen Stern. Stern halten. Du hast einen grünen Stern halten, grünen Stern 1, nötig, zackt, galaxie, Münzen halten. Was braucht man eigentlich die ganzen Münzen? Haben die irgendeinen Sinn gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Obwohl man konnte auch damit unten, genau, ich meine, man konnte ja damit unten, beim Raumschiff Mario, äh, Lotto, äh, Lotto spielen, genau, Lotto. Äh, ähm, hier Würfel spielen, genau. Ja, dann sind da für die ganzen Münzen, denn die sind ja irgendwie unnötig. Ganz und viele Münzen. So, gut, ich hätte jetzt die erste Mission auswählen können, damit wir es überspringen können, diese Sequenz ja, weil sie nicht so schlimm. Denn die Sequenz ist jetzt eh vorbei. So. So, jetzt wieder Tick, Tick, Tick. Macht ja immer so viel Spaß, das Ticken. So, wieder schön Sternseite einsammeln. Da ist ja eins runtergefallen, das ist ja schade. Und hier schön Weitsprung. So, hier rauf. Dann da rauf. Zack, haben wir mitgenommen da, das eine. Wow. So. Ach, hier rauf brauche ich gar nicht. Nehmen wir die abkürzen. Die ist viel besser. So, den einen grünen Stern, den brauchen wir ja hier nicht. Okay, das war knapp. Wow. Und rüber. Gut. Rüber? Verdammt. Ah, dieser blöde Alien. Keine Ahnung, was. Gedöns. So, nochmal. Ah, hier Sternteile. Ah, wir haben übrigens sehr schön viel Sternteile. So. Und so. Und so. Und so. Ach, wir haben ein paar runtergefallen. Mensch. Dann hier nochmal ein paar. Und rüber. Gut. Uh, das war knapp. Und da rauf. So, jetzt hier. Und zack. Und zack. Und zack. So. Und jetzt warte ich ein bisschen. Genau, auf dich. Okay, das war riskant, aber gut. So, hier ein Leben. Leben ist nochmal wieder schön. Da waren nochmal ein paar Sternteile. Äh, ja. Ah, die holen uns nochmal. Komm. Das war richtig doof von mir. Oh, hatte ich mich ein bisschen verschätzt. Mit der Plattformgröße. Na ja, gut. Dann machen wir jetzt nach. Wäre dann auch nochmal ein Sternteil gewesen. Wow. Aber wenn die in den Blöcken drin sind, bekommt man die gar nicht interessant. So, da, da. Und so. Genau. Jetzt war ich mich wieder in den Stern rankommen. War ich dann richtig schon? Nö. Dachte ich mir schon. Bestimmten Dreiersprung mit Gelb. Also irgendwie so. Mano. Mano, wie soll das denn jetzt gehen? Oder soll ich hier mit den Gelben? Okay, gut. Boah, war richtig knapp. Naja, so komme ich dann nicht rauf. So auch nicht. Ja, vielleicht mit ein bisschen Höhe. Ah, da kann klappen. Wenn es will. So. Ah, so geht es auch. Gut. Ich weiß nicht, ob das so richtig war. Aber ich glaube, man kann den Grünscheinen eh holen, wie man will. Und von daher, ja. Haben wir diesen Grünscheinen auch in der Tick-Takt-Galaxie. Du hast einen Grünscheinen, Grünscheinen 2 in der Tick-Takt-Galaxie. Sternteile erhalten. Okay, 95 mal wieder, das ist perfekt. Aber recht leider noch nicht aus. So, das haben wir. Das heißt, wir machen wir weiter mit der Kula-Kunst-Galaxie. Kometen-Alarm, 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 Grün-Stern 1. Schauen wir mal, wo die hier waren. Oh, ich meine, da war ein ganz blöder, ganz zum Schluss so irgendwie so. Beim Ketten und hier. Ah, hört ihr? Hört ihr? Ja, hier ist einer. Und der war, glaube ich, ein bisschen blöd. Aber wir haben das gesehen. Gut, kein Sternteil. Jetzt haben wir die das einsammeln. Okay. Okay. Gut, dann gehe ich wieder rauf. Wir kennen die Regeln ja. Und nehme hier noch das Schild mit. Tschüss. Ah, der war ja so flummiartig. Genau, jetzt weiß ich, warum das Schild hier so lustig war. Flying. Das mit hin und solche Details einfach. Ich denke, das ist für lustig. So, komm, hier brauche ich mal kurz meine... Ja, weiß ich, wie das hier gesteuert geht. Aber ich will hier meine Sternteil haben. Gut, jetzt können wir weiter, Mann. So. Und jetzt hier. So. Na. Dann folgen wir mal hier der Spur. Habe ich was gehört? Nee, ne? Nee, ich glaube, hier war aber noch nichts. Das ist auch viel zu leicht hier. Gut, dann haben wir hier noch. Zack. Da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Mitnehmen. Mitnehmen. Perfekt. So, und wieder zurück. Und hier. Und dann. Nein, 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 nein. Den hier. Oh, mit dem in der Mitte. Genau. So, Herr Wutten, lassen wir die anderen da jetzt alleine. Ist egal. Oh, und den. Perfekt. Ah, jetzt kommt, glaube ich, schon einer, oder? Kommt jetzt schon einen grünen Stern? Will ich halt die Flagge mitnehmen? Aber man kann hier halt auch nicht so viel machen. Also eigentlich ganz praktisch. Ich höre einen. Hört ihr einen? Ja, ich höre einen. Da ist er. Einfach runterfallen lassen. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Darunter? Oh, schade. Hier war viel zu schief. Oh mein Gott, wo war ich denn? Wo war ich denn? Oh Gott, jetzt haben wir... Warum haben wir so wenigstens Leben? War doch kein Spaß. Ich hole mir jetzt erstmal so wenigstens Leben, ey. Gut, gut. Warte. Ach, ich wollte noch die Platte machen. Ja, wir haben ihn. Wie habe ich denn denn bekommen? Ach so, habe ich denn bekommen? Auch gut. Ich habe mal den wieder angeschaut. Gut, jetzt würde Mario runterfallen. Wie der jetzt wohl nach Hause kommt? Ja. Ach ja, mit der Macht des Sterns. Ist logisch. Natürlich. Du hast ein Grünschneiden in der Kula-Kunst. Das ist der Galaxie. Sternenteile halten. Und Spielvorschläge. Gut, dann gehen wir mal kurz ein Leben holen. Ähm, 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 ähm. Leben, leben. Hier war ja mit am Ohr da nicht. Da sind Sternteile für uns. Die brauchen wir nicht. Hier gibt es auch nochmal ein Leben, wenn wir Glück haben. Haben wir. Hey. Perfekt. Und hier. So. Hallöchen. Oh, hier war ja doch mit Sternteile. Was brauch ich denn hier die Münzen an Bord? Ach, egal. Mal hier für 30. Ja, einmal würfeln. So. Schön. Der Enteile wieder weg. Ja, ich bin so voll vorhandelungen. Einmal würfeln. Das ist langweilig. Und genau das, was ich wollte. Fünf Leben. Perfekt. 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 Und so. Und so. Und tschüss. Aber worauf hol ich denn die ganzen Münzen nochmal? Hm. Na, ist ja egal. Gut. Dann machen wir weiter. Es gab ja noch einen in der Kula-Kunst-Galaxie. Und den holen wir ja noch, weil wir haben ja noch Zeit. So, Kula-Kunst-Galaxie. Zweiter Stern. Wir kommen. So. Kometen-Alarm. 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 Grün-Stern 2. Ja, ja, ja. Hier ist der letzte Grün-Stern. Man hört das. Ganz klar und deutlich. So, Sternzelle haben wir jetzt auch gleich alle am Anfang. Heute sind wir jetzt ein Stück. Ah, ist doch gut. So, und hier Vollgas. Hier rein. So, diesmal können wir ja hier die Sternzelle ein bisschen auch weglassen. So. Trotzdem können wir hier noch die Sternzelle folgen. Ich habe gerade gesagt, weglassen. Und jetzt folge ich sie doch wieder. Na, ist doch egal. Oh, hier gibt es einen schönen Kreis mit Sternteilen. So, stopp. Hier ist der Schlüssel. So, und dann müssen wir da jetzt wieder hin. Und hier. Ach, gut, einen liegen lassen. Ist jetzt auch egal. So. So, dafür hier noch mal ein paar viele Gurt. Bitte da an die Flagge. Dankeschön, Mario. So. Können wir hier noch mal ein Leben holen, weil wir, wie es, wie es, wie es, wie es, wie es können. Okay, gut. Gott, das ging gut, das ging gut, auf jeden Fall. Und Klong. Oh, nicht runterfallen. Aber es sind so viele Sternteile. Also auch noch mal Sternteile. Ah, das geht jetzt nicht bis Kiehren. Perfekt. Linial. So. Alle auch eingesammelt. Perfekt. Es ist gerade so gut. So. Ob wir irgendwas machen. Erst mal Pause und Sternteil. Perfekt. So. So. ob er so oft perfekt mensch mit viel zu oft sachen hier sachen oder so das ist eigentlich schon richtig so so viel sternteil aber ich krieg gar nicht und nicht so viel zeit und hier drauf drauf da und da ist unser grünen stern wir sehen ihn erst mal mit den nur noch bekommen dass die schluss das schwimmste weil wir auch noch eine lustige kugel haben und das war daneben ich glaube man musste einfach nur hin an die ecke und rauf springen glaube man muss man da rein machen das heißt das muss man auf die plattform denke ich mal rauf können wir gerade gut vorstellen was gibt denn das hier eigentlich noten und tod noten und tot ok also wie normal machen die noten interessieren die noten interessieren mich gerade muss hat nur besser time nicht noch meinen gleichen fehler machen so ich glaube da gibt es drei leben oder so meine ich gerade wieder mal gehe ich meinen drang nach stern zu sammeln aber es gibt zu viele 200 stück kam schon wieder das heißt meine divide ist jetzt wir gehen da jetzt einfach ganz 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 easy locker hin und machen dann sprung weil das sollte reichen und das reicht auch perfekt und leute dann wie auch jemand davor schlagen was das von diesem video wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt let's play so begegst die zwei german von mir denn joshii tendo bis dahin sage ich schau euer denn joshii tendo